2023 in die Rente gehen mit der Regel Altersrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Regel Altersrente ist die klassische Urform der Altersrenten. Sie ist in § 35 Sozialgesetzbuch Nr. 6 geregelt und steht in der Rangfolge vor den vorgezogenen Altersrenten. Die Regel Altersrente ist mit Abstand in Deutschland die am meisten beantragte Altersrente. Sie steht in den Antragszahlen noch deutlich vor der Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Das ist die Altersrente, die Sie kennen unter dem Schlagwort Rente mit 63 und 45 Jahren Wartezeit. Der Anspruch auf die Regel Altersrente setzt im Wesentlichen drei Dinge voraus. Erstens das Renteneintrittsalter, zweitens die Wartezeit und drittens den Rentenantrag. Kommen wir mal zum Renteneintrittsalter. Die Regel Altersrente können Sie nach den gesetzlichen Vorschriften erst mit Vollendung des 67. Lebensjahres erreichen. Dieses Renteneintrittsalter gilt aber nur für die Geburtsjahrgänge nach dem 31. 12.1963. Also wer am 01.01.1964 geboren ist, der kann erst mit Vollendung des 67. Lebensjahres in eine Regel Altersrente gehen. Für die Geburtsjahrgänge vor dem 01.01.1964 gelten übergangsweise besondere Regelungen für das Lebensalter einer Regel Altersrente. Wie Sie ja wissen, wurde die Regel Altersrente ab dem 01.01.2012 angehoben von dem 65. Lebensjahr auf das 67. Lebensjahr. Geburtsjahrgänge vor dem 01.01.1947 konnten immer mit Vollendung des 65. Lebensjahres in die Regel Altersrente gehen. Ich glaube, dass dieser Geburtsjahrgang schon längst durch ist mit den Anträgen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute noch jemanden gibt, der vor dem 01.01.1947 geboren wurde und noch keine Regel Altersrente beantragt hat, wenn sie ihnen denn dann auch tatsächlich zustehen würde. Damit können Geburtsjahrgänge nach dem 31.12.1946 bis zum 31.12.1963, erst nach Vollendung des 65. Lebensjahres in diese Altersrente gehen oder diese beantragen. Wer also zum Beispiel 1957 geboren ist, dessen Lebensalter für die Regel Altersrente wird vom 65. Lebensjahr um 11 Kalendermonate angehoben. Der oder die Versicherte kann dann erst mit Vollendung des 65. Lebensjahres und 11 Kalendermonate die Regel Altersrente beanspruchen. Wer 1958 geboren, wurde, kann die Regel Altersrente erstmals mit Vollendung des 66. Lebensjahres beziehen. Im Jahr 2023 erreichen die Geburtsjahrgänge vom 02.01.1957 bis zum 31.12.1957 erstmals die Möglichkeit, die Regel Altersrente in Anspruch zu nehmen. Wer vor dem 02.01.1957 geboren wurde, kann selbstverständlich auch gerne, das ist überhaupt kein Problem, die Regel Altersrente beantragen. Aber aufgepasst, wer zu lange wartet, also für diese Geburtsjahrgänge vor 1957, wer da zu lange wartet, verliert möglicherweise wertvolle Rentenleistungen. Kommen wir zur Wartezeit. Die Regel Altersrente ist da sehr, sehr großzügig. Das heißt, wir brauchen nur fünf Jahre Wartezeit. Das sind 60 Kalendermonate. Die Wartezeit besteht aber ausschließlich aus Beitragszeiten. So sagt es das Gesetz. Also wer 60 Kalendermonate Wartezeit aus Pflichtbeitragszeiten, wie Zeiten einer Beschäftigung, Zeiten einer versicherten selbstständigen Tätigkeit, Zeiten aus einer Antragspflichtversicherung, vergessen auch viele, Berufsausbildungszeiten, Wehrdienstzeiten, Kindererziehungszeiten oder freiwillige Beitragszeiten nachweisen kann, der hat Anspruch auf die Regel Altersrente, wenn er das entsprechende Lebensalter vollendet hat. Mütter, die vor 1992 zwei Kinder geboren und in Deutschland erzogen haben, haben alleine wegen den Kindererziehungszeiten für beide Kinder Anspruch auf eine Regel Altersrente. Denn für beide Kinder gibt es jeweils 30 Kalendermonate Pflichtbeitragszeiten zuerkannt. Das sind also 60, zehn mehr als das Gesetz hier eigentlich. Ne, sind genau 60 Kalendermonate. Also so, wie es das Gesetz auch fordert. Last but not least, wir brauchen noch einen Rentenantrag. Ohne Antrag keine Rente. Wer am 2. Januar 1957 geboren ist, kann erstmals seine Rente zum 01.01.2023 erhalten. Das hatte ich ja schon gesagt. Dazu kann unser Versicherter oder die Versicherte schon den Antrag vorherstellen im Dezember 2022 oder aber spätestens am 31. März 2023 rückwirkend zum 01.01.2023. Stellt er oder sie seinen, ihren Rentenantrag erst am 01.04.2023, kann es unter Umständen mit einer rückwirkenden Beantragung zum 01.01.2023 dann nicht mehr klappen. Dann gilt die Rente zum 01.04.2023 als gestellt oder beantragt. Mein Tipp, stellen Sie sechs Monate vor Rentenbeginn den Rentenantrag. Prüfen Sie vorher, ob alle Voraussetzungen für Ihren Rentenbeginn auch tatsächlich vorliegen. Ein Blick in eine aktuelle Rentenauskunft legt oft die Karten auf den Tisch. Mit der Regelart des Rente entfällt per Gesetz die Anrechnung von Hinzuverdienst an die Rente. Wer aber in einem laufenden Beschäftigungsverhältnis weiterarbeiten will, sollte prüfen, ob das laut Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag überhaupt möglich ist. Grundsätzlich sind Sie ab Erreichen der Regelart des Rente in der gesetzlichen Rentenversicherung und in der Arbeitslosenversicherung versicherungsfrei. Wenn Sie also wollen, dass Sie weiter Rentenbeiträge in die Rentenkasse einzahlen, um damit Ihren Rentenanspruch noch aufzubessern, sollten Sie dies Ihrem Arbeitgeber schriftlich vor Erreichen der Regelartesgrenze Rente anzeigen. Wenn Sie während der Beschäftigung und Rentenbezug bei der Regelartesrente erkranken, zahlt der Arbeitgeber die sechs Wochen Entgeltfortzahlung. Da kommt er nicht drum herum. Danach wird die Krankenkasse bei Bezug einer Vollrente kein Krankengeld zahlen. Deshalb empfiehlt es sich in dieser Konstellation, Rentenbezug plus Weiterarbeit über eine Teilrente zum Erhalt eines Krankengeldanspruchs nachzudenken. Bitte prüfen Sie auch rechtzeitig vor Rentenantrag, ob Sie als Rentner in die günstige Krankenversicherung der Rentner, Klammer auf KVDR, als Pflichtversicherung ab Datum Rentenantrag aufgenommen werden können. Die Pflichtversicherung für Rentner, KVDR, ist in der Tat finanziell hochinteressant für viele Millionen Rentnerinnen und Rentner, denn sie ist wirklich günstiger als zum Beispiel eine freiwillige gesetzliche Versicherung oder wahrscheinlich auch deutlich günstiger als eine private Krankenversicherung. Last but not least, die Regelaltersrente gibt es niemals mit Abschlag. Sie ist immer abschlagsfrei. Sie werden immer den Zugangsfaktor 1,0 haben, wenn Sie eine Regelaltersrente zum Termin, zum erstmaligen Termin beantragen. Wir hoffen, dass Sie mit diesen Informationen gestärkt im Jahr 2023 Ihre Regelaltersrente erreichen können oder diese beantragen. Wir wünschen allen Regelaltersrentnern und Rentnerinnen im Jahr 2023 alles Gute und nur das Beste. Ihr Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel 5,11 7,9 8,9 11,9